Hergut! 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 Hergut, Hergut! Kostet mir Bier holen? Hello aus Moosbach. Ich muss erst mal überlegen, was ich sage. Hallo Mama, Papa, ich habe es geschafft. Ich bin ein seriöser Reporter im Internet. Wir sind heute beim Naschenfinster in Moosbach. Mama, Papa, ich habe es geschafft. Ich bin ein seriöser Reporter im Internet. Seid ihr das erste Mal in Moosbach? Ja, wir kommen halt aus Moosbach, aber das erste Mal da, ja. Weiberfasching. Und was ist so besonders an Weiberfasching in Moosbach? Geile Stimmung. Immer voll los. Ich sage Gaudi. Stimmung, es ist saugeil. Und wir testen mal die neuen fünf Areas. Naja, das ist einfach so eine Pflichtveranstaltung. Wie lange bist du schon dabei bei Moosbach? 13 Jahre. Und bei welcher Bar, bei welcher Area? Immer bei den Glücksbergis. Was ist so besonders an Moosbach? Moosbach ist einfach mein Heimatland. Meine Mama stammt von hier, meine Oma stammt von hier. Ich wohne nicht mehr in Moosbach, aber 13 Jahre komme ich alle Jahre hierher. Nur zum Aussteigen und zum Feiern. Ich war früher immer in Moosbach und habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal die Jungs mit und zeige es ihnen einmal. Was ist an Moosbach anders als in anderen Städten am Weiberfasching? Naja, ich denke, das Besondere an Moosbach ist einfach, dass das ganze Dorf oder der ganze Markt abgesperrt ist. Überall unterschiedliche Areas sind. Was können Sie einem Faschingsmuffel wie mir empfehlen? Äh, nicht Herkel. Hey! Hier geht es jetzt erst so richtig los, aber für uns geht es jetzt nach Hause. Tschau!